Seriöse Nummern bitte, du kommst jetzt in die Lawinen rein und ich erkläre schnell, wie das jetzt funktioniert mit dem Handy, he? Also, du kommst jetzt in die Lawinen rein, bitte. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie in eine Lawine reinkommen, die Lawine anhalten ist ein statistischer Wissen, dass wenn Sie in 20 Minuten gerettet werden, dass die Überlebungschancen über 90% ist. Und darum zeigen wir das jetzt, er wäre jetzt also in der... Hallo. 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 Hallo, man liegt doch so nicht in eine Lawine rein. Weisst du, wie du in eine Lawine reinkommst? Ja, sicher nicht so, oder? Ja, natürlich. Der Sutter, wenn beim Sutter eine Lawine abgeht, da kommt eine Lawine. Moment, schnell warte. Mein Piss ist noch nicht schön gewischt. Jetzt kannst du kommen, meine Lawine. Hallo. Das ist... Die Lawine hat jetzt angehalten, meine Damen und Herren. Ja, die Lawine hat angehalten. Er ist rein. Jawohl. Sie hat angehalten. Jetzt seriös, bitte. Jetzt nimmst du das Handy vorne. Das Handy vorne? Nein. Geht doch nicht. Wieso geht's nicht? Ich kann mich doch nicht bewegen. Dann musst du doch ein bisschen hellenböcklen, dann geht's, oder? Was? Ein bisschen hellenböcklen? Ja. Hey, hast du mal die Lawinen angeschaut? Das ist ein riesen Teil. Da kannst du nur beten, dass es neuschnee ist. Weil wenn die noch nachschnee ist, dann bist du Matsch. Hey, hast du... Da bist du weg vom Fenster. Da musst du dein Leben nicht mehr mehr bewegen. Das ist... Kebab. Lege runter. Da könnte ich nicht schreien, oder? Ich hab's schon... Seit 15 Jahren mit dem... Also, bitte. Okay. Also, Handy vorne bitte. Das ist schwer da unten. Ja, und? Also, Handy in der Hand. Notruf. Notruf wählen. Notruf wählen. Genau. Notruf wählen? Yes. In der Lawine hinein? Ja, natürlich. Haufen wir Samsung? Mit Touchscreen? Das geht doch nicht. Wenn du die Schleihandschen noch hast. Das ist gut. Mach einfach die Nummer. Hören Sie auf. Lachen. Es ist eine seriöse Nummer. Oder bist du gut? Das ist ja total eine seriöse Nummer. Ja, ja, ja. Jetzt einfach hören. Es ist eine seriöse Nummer. Punkt. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber so etwas von einer seriöse Nummer. Ines. 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 anse PETER Los, jetzt musst du ihr einfach hören. Lache, du Katze objective. Hattest du mir die Katze im Arsch. Du. Hattest du den Stadtsucheher gesehen? Mit der eigenen Landebahn auf dem Grindelberg? Wie heißt es? Hören wir mal! Hören jetzt bitte ! Oh, diese Nasenlöcher. Spielst du Gold ? Ich investigations Я wirklich nicht die ganze Arbeit der Zeit. Ich wäre froh, wenn man das seriöse könnte. Total seriöse, ich weiss es. Jetzt machen wir es anders. Jetzt musst du einfach den anklicken, den du zuletzt mit dem telefoniert hast. Der kann dir vielleicht auch weiterhelfen. Das macht jetzt auch überhaupt keinen Sinn. Das macht absolut Sinn. Schon? Ehrlich? Also, am letzten Telefonieren, den ich vorhin noch dran hatte. Hey, ciao, Sutter, da ist der Pfändler. Du glaubst nicht, wo ich bin. Etwa zwei Meter neben dir. Ich bin jetzt ja auch noch in einer brutalen Nines-Lawine. Das macht verdammt Sinn. Lick alle und spiel deine Nummer. Du bist ja so ein unleidiges Herr. Lass mich doch in Ruhe. Es ist doch wirklich wahr. Hast du etwas gegessen in der Pause? Es ist meine Sache. Hast du wieder nichts gegessen? Und genau das haben wir. Seit 15 Jahren sagen wir, ist es etwas Kleines in der Pause, dann geht es dir besser, sonst wirst du ein Unleidiger. Was? Sutter. Es ist ein Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Es ist ein Snickers. Hei, das ist ein Snickers. Ich bin ein Snickers. Ich bin ein Snickers. Ich bin ein Snickers. Hallo, ist hier der Pizza-Blitz. Bissegut, rufen jetzt jemand an, dass ich die Nummer fertig spielen kann. Also, irgendjemand mal rein, dann mache ich, jawohl. Du, 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 für Deutsch wählen Sie eins, für Französisch wählen Sie zwei. Bissegut, bitte! Meine Nerven, meine Stimme! Grüezi, statt Metzgerei Angst. Sie ist wegen den 10 Bratwürsten, die ich bestellt habe. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr, ich liege hier in einer Lawine. Hör auf! Bitte! Ihr auch! Hör auf! Also, hallo, ist das Tierheim-Pfötchen? Hey, redet nicht gleich ein Lawinenhund bei euch? Ja, weisst du, so ein Schnügel mit dem Fässchen unten dran? Was? Ich frage, hey, Sutter, hättest du lieber Schnaps oder Kräuter? Hör auf! Hör auf! Hör auf! Meine Nerven! Bitte! Können wir es jetzt machen? Hallo, ist das der TCS-Rettungshelikopter? Könnte ich auch noch kurzfristig ein Abo abschliessen? Ich glaube, der Sutter macht jetzt dann die Schirme zu. Hör auf! Peter, Hör auf! Nein, nein! Das ist nicht mehr lustig! Fertig! Das ist nicht mehr lustig! Weitere Zurufe! bullet! Weitere Zurufe! Guten Tag. Grazie, mein Name ist Fischer von der Fischer-Bettenzwang. Hallo! Hallo! Komm wieder mal! Was willst du mir sagen?